Jaha, ihr Lieben, wir sind zurück bei Breath of Fire und ich muss hier erstmal eine Pulle Mezzo-Mix aufmachen. Diesmal wieder ganz alleine, denn der Revanite hat mich verlassen. Ja, ist das nicht traurig? Und ich wollte euch noch etwas zeigen. Ich habe hier ein paar Items besorgt. So viele Vital-Kugeln sollten eigentlich reichen. Ich bin auch irgendwie ein bisschen weiter hochgelevelt und schaue jetzt mal, wie ich die Treppe da hochkomme. Ja, und ich glaube, wir müssen wieder außen rum. Ziemlich nervig, die vielen Zufallskämpfe. Aber da kann man nichts machen. Da müssen wir durch. Geht ja zum Glück recht schnell. So, jetzt sind wir auch gleich da. Bitte kein Kampf mehr. No! Oh Mann, Leute, die nerven so derbe, diese Little Jacks. Da hat der gute Revan echt recht, wenn er sagt, die sind zum Tod nerven. Na, egal. Wir gehen hoch. Schauen mal. Sehen wir mal wieder nix. Ah, da ist eine Treppe runter. Da sind wir hergekommen. Da müssen wir hier hoch. Okay. Na, super. Jetzt kamen noch die blöden Schnecken mit ihren Donnergewittern und das Nerv derbe. Jetzt kann ich erstmal alle wieder heilen. So, und jetzt bitte hier hoch. Danke. Oh Gott, was ist denn das jetzt hier? Oder alte Männer? Ich kann mich hier nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht, warum ich hier drin bin. Ich kann mich einfach nicht erinnern. Zack. Jetzt aber. Ist noch ein Alter, mit dem wir reden müssen? Aha. Plötzlich komme ich hier nicht mehr hoch, oder was? Oh Mann, das nervt tierisch. Echt wahr. Müssen wir hier außen rum latschen? Also, das ist wirklich, äh, Hardcore Old School. Was weißt du? Ich kann mich hier nicht erinnern. Ja, wunderbar. Aber dafür hat jetzt Aspara einen neuen Zauber gelernt. Das ist ja auch schon mal was. Und puh, also echt anstrengend. Was geht hier ab? Oh oh. Mir ahnt, mir schwant Böses. Daher heile ich die jetzt einfach mal gnadenlos alle. Oh. Oh, gehackert. Items neu ordnen. Yes, mach mal. Und dann benutzen wir die nächste Ladung Vital Kugeln. Ich hau euch jetzt alle auf. Eure höchste Lebensenergie. Denn, ich... So ein alter Mann allein in einem seltsamen Gehirn bedeutet meistens nichts Gutes, ne? Ich vernichte die Erinnerungen dieses alten Mannes. Warum, fragt ihr? Nun, er weiß etwas, was für mein Gott etwas unangenehm sein könnte. Stinkt nach einem Bossfight. Alles, was dieser Art unangenehm ist, zerstöre ich. Ich weihe dich in ein kleines Geheimnis ein, Depp. Ich bin derjenige, der die Erinnerungen der Leute daran zerstört hat, was du in Dorfgate alles vollbracht hast. Ho, 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 ho. Oh. Und sehen dir eigentlich alle scheiße aus, die Gegner. Das letzte Mal waren es nur Erinnerungen. Aber dieses Mal vernichte ich dich. Und nebenbei noch deine Gefährten. Puh. Na, der sieht ja mal witzig aus. Äh. Mal Flamme. Ja, probieren wir es mal. Macht da jetzt irgendwie keinen Bock drauf. Machen wir mal einfach nur mal austesten. Okay, das war nicht so toll. Vergesst die Energie. Was soll denn das? Das ist für ein seltsames Geräusch. Ü, 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 ü. Klingt so ein bisschen Alzheimer. Der Typ heißt Alzheimer. Oh mein Gott. Ich klopp jetzt mal. Bis jetzt hat uns ja noch nichts abgezogen. Hier, vergesst all die Magie und bang, bang, bang. Weiß ich nicht, was das soll. Kein Plan. Weiß das jemand von euch? Ich glaub jetzt einfach mal drauf, weil der zieht uns ja nichts ab, offensichtlich. Finde ich gut. Das macht was. Das ist schon in Ordnung. Es tut uns zwar weh, aber es zieht uns nichts ab. So kann es weitergehen. Dü, dü. Hoffentlich ziehen wir ihm was ab. Vergiss die Magie. Selten dämlicher Bossfight. Naja, ein bisschen Pflanzendünger, denen's bei dem doch auch, oder? Und überall um uns herum pulsiert es. Das finde ich eigentlich am ekligsten. Die Wände pulsieren. Die Böden pulsieren. Da wird auch nichts weniger. Wird die AP wird abgezogen, noch sonst was. Ah, ich bin jetzt auch wuscht. Wir haben's geschafft. Das ist doch schon mal was. Hey, gegen solche Kräfte habe ich keine Chance. Du sagst es. Ich habe schon den Großteil der Erinnerungen des alten Mannes zerstört, aber anscheinend noch nicht genug. Na, jetzt zerstörst du dich erstmal selber. Ich glaube, jetzt können wir raus. Und wir haben ja noch den Notausgang, glaube ich. Aspara hat den Notausgang. Yes. Raus hier, denn ich latsche den ganzen Scheiß ganz sicher nicht wieder zurück. Und wenn ich mich recht erinnere, meinte der gute Raven, beim letzten Mal an irgendeiner Stelle in irgendeinem Dorf sei der Ausgang. Ist jetzt nur die Frage, welches Dorf das war. Das untere oder das obere? Ich glaube, das obere. Und ich meine, es sei auch eine Bank gewesen. Schauen wir mal. War übrigens der allererste Bossfight überhaupt, den ich hatte, bei dem mir absolut nichts abgezogen wurde. Echt krass. Ja, ich speichere mal. Ja, klar wollen wir dat. Äh, ja. Geht's hier halt mal überall nochmal rein? Ist das ne Bank? Ah, hier. Gut, hier können wir wieder raus, wie's ausschaut. Das machen wir auch. Oh, bedrohliche Musik. Na, Gandalf? Alte Socke? Danke, dass ihr den Dämonen vernichtet habt, Kinder. Dank euch kann ich mich wieder an ein paar Dinge erinnern. Und, oh Gott, das ist meine Jugend. Wie tragisch. Glaube ich zumindest. Ein paar Dinge hab ich auch verdrängt, ne? Wie die Scheidung von meiner Ex. Weil sie mit einer... Äh... Ja. Weil sie mit einer anderen Rinde durchgebrannt ist. Redet der nochmal mit uns? Toll. Na gut. Äh. Mit dem sind wir wohl offensichtlich fertig. Na schön. Sind wir halt fertig damit. Tudu. Huch, was ist denn das? Eine Magiestaule. Ach so, sieht's ja auch aus. Stauen wir mal weg. Bei mir kam auch gerade ein Bildschirm schon. Also ich hab das gar nicht gesehen, ob der Gandalf noch irgendwas gesagt hat. Aber ich glaube nicht. Hähn wir mal hier runter. Da waren wir noch nicht. Uh, da ist schnäblich. Ich kann vor mir nichts sehen. Wir kommen so nicht mehr vorwärts. Da ist aber jemand. Ihr sehen könnt. Könnt ihr nichts sehen. Hahaha. Ist der Nebel sehr dicht. Es ist inzwischen unmöglich, ihn zu durchdringen. Und ich frage mich, ob im Himmelsturm etwas Schlimmes geschehen ist. Wo ihr den Himmelsturm findet, fragt ihr? Er liegt südlich von Kapitan. Mitten im Ozean. Okay, das war doch mal ein Hinweis. Da müssen wir wohl hin. Und da gehen wir auch hin. Allerdings würde ich jetzt mal so spontan vorschlagen, das machen wir beim nächsten Mal. Ja? Dann sehen wir uns. Ja, weil dann kann ich auch einen Ruhe Kapitan erstmal suchen. Auf der Karte. Und wir gehen dann da einfach mal hin. Ja? In diesem Sinne, macht's gut und lasst's euch gut gehen. Ciao! 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 Ciao!